Es ist schon über ein Jahr her, da habe ich mir dieses Messer hier gekauft und zwar auf Amazon. Du hast hier eine richtig schöne Tasche mit Ledergürtel zum Aufmachen und daraus kommt dieses wunderschöne Messer her. Wenn du wissen willst, was es kann, bleib dran. Ja, hallo, willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Messerkanal. Weil ich habe ein Messer, das echt cool ist, das mir irrsinnig taugt und zwar Masarov, glaube ich, heißt das. Ich habe das auf Amazon gekauft, gebe da unten den Link. Vor über einem Jahr, also eigentlich eineinhalb Jahre jetzt schon. Und also im Sommer 2021 gekauft und ich finde das einfach ein großartiges Messer. Es ist natürlich made in China, das ist ganz klar, aber ich finde einfach die Idee großartig. So, was ist das? Das ist ein schönes Klappmesser, aber groß. Ja, da hast du auch richtig schön was in der Hand. Schneidet wie Hölle. Ja, schneidet wirklich wie Hölle. Interessante Klingenform mit einer kleinen Hohlkehle hier eingebaut. Geht nach oben hin etwas. Ich glaube, Reno-Klinge heißt das Ganze. Schönes Stück. Es gibt hier ein kleines Teil, das ein bisschen weh tut beim Arbeiten, egal. Einen schönen Liner ohne Chimping. Ja, danke, danke, danke. Ohne Chimping immer, dass man das Messer auch schön führen kann. Vorerstallbedienung nur bedingt. Das Ganze ist über einen Liner-Lock gesichert, der auch ganz gut einrastet. Es ist ein Zweihandöffner, also eigentlich 42a-konform. Ich habe es mal, weil ich natürlich ein böser Wicht bin, so eingestellt, dass ich es mit einer Hand trotzdem aufmachen kann. Ja, auch das ist gut. Hier Holzgriff, was auch immer das ist, ich weiß nicht, eben Holz oder wie das heißt. Der Griff wird nach hinten hin breiter. Das heißt, wenn du es weiter hinten nimmst, hast du auch richtig schön was in der Hand. Aber es gibt natürlich auch einen kleinen Nachteil dabei. Und zwar, das ist dieses Ding hier. Das da ist spitz. Wenn du Medium seist, der heißt, so wie ich, also Medium-Hände einfach, dann wird es dir wurscht sein. Aber sobald du hier hinten auf diesen Bereich draufgreifst, das ist ein bisschen unangenehm. Das tut ein bisschen weh. Was auch ein Thema ist, das muss ich dir auch sagen, ich habe das jetzt schon einiges eingesetzt. Und zwar, dieses Metallteil hier, das ist irgendwie eine Oberfläche, so verkromte Oberfläche. Und wenn dir das runterfällt, dann schlägt sich das ab. Ja, also das schlägt einfach ab beim runterfallen, beziehungsweise ich habe es in der Tasche so einfach drinnen gehabt, ohne dieser, also das ist cool. Das ist wirklich cool, aber da kommen wir dann gleich dazu. Das schlägt sich einfach ab und macht halt dann bei der Optik, weiß ich nicht, ob das für dich ein Problem ist. Mir ist das BOWIDL. Das Messer ist einfach super. Warum habe ich es mir gekauft? Weil ich auf der Suche nach einem Bushcraft-Folder bin. Irgendwas, weil es gab ja den Real Steel Bushcraft-Folder, aber den gibt es da dann nicht mehr zu kaufen. Und das ist halt so für mich die Messlatte. Ja, die Messlatte. Und ich suche halt noch immer, aber ich habe noch nicht gefunden. Und das ist auch nicht ganz perfekt für mich, weil ich hätte gerne einen Backlog, aber das spielt es halt da nicht. Gut, wie auch immer, schön verarbeitet. Ja, wirklich sehr schön verarbeitet, obwohl es ein Chinesenmesser ist. Das heißt nämlich nichts. Weil das kostet auch ein bisschen was. Du wirst es sehen auf Amazon. Ich werde versuchen, dir den Link zu geben. Man muss ja auch dazu sagen, ich habe viele andere Chinesenmesser auch und schimpfe auch nicht drüber. Nein, ich meine mit Chinesenmesser wirklich irgendwas total Schassiges, wie zum Beispiel das hier. Das habe ich jetzt am Shopkanal refuted im Zusammenhang mit einem Survival-Kit. Also das ist einfach nur Schrott. Aber es gibt, wie wir hier jetzt sehen, auch chinesische Messer, die durchaus super sind. Also nicht nur durchaus, sondern die einfach gut sind. Fertig, aus. Das ist der richtige Ausdruck. So, jetzt habe ich es. Das ist, was ich sagen wollte und so wie es meiner Meinung nach ist. Du hast hier einen Dengler. Das heißt, du kannst das Messer am Gürtel tragen. Das ist super. Großartig. Machst dann hier auf. Rausziehen. Super. Wunderbar. Das ist sehr schön. Oder du hast hier eine normale Gürtelschlaufe und kannst es auch so tragen. Also diese Lösung, die taugt mir total. Das habe ich auch gesehen und habe mir gedacht, oh, Rein, ich muss das haben. Was mir auffällt ist, es ist halt kein Druckknopf, sondern eben ein Loch da reingestanzt und dann hier dieser Mechanismus hier. Und mit der Zeit reißt das hier an der Stelle etwas aus. Ich glaube, wenn man das wirklich lang hat, dass das einfach irgendwann nimmer hält und die Klappe einfach von alleine aufgeht, weil sich das Loch einfach ausgefranst hat. Gut, ist einfach so. Da wäre halt ein Druckknopf langlebiger, aber super auf hohem Niveau, wie man so schön sagt. Wirklich ein sehr, sehr schönes Messer. Wir wollen aber noch schauen, wenn ein Buschkraftmesser satt sein soll, ob es auch Feuerstahl bedienen kann. Und dazu werde ich natürlich vom IRBIS und der dazugehörigen Universalfeuerstahlhalterung, die man auf unterschiedlichste Keitegeschäden draufgeben kann, den Feuerstahl hernehmen. Und ich kann da eines sagen, es geht, aber nicht gut. Es geht wirklich nicht gut. Also für das ist es einfach nicht gemacht. Ich glaube einfach, das haben sich die auch gar nicht überlegt, wie sie das konzentriert haben. Und ich habe ohnehin ein bisschen ein komisches Gefühl immer wieder, wenn ich mit Liner-Lock Sachen arbeite. Wurscht, egal, lassen wir das. Vielleicht auch noch etwas, man sieht halt schon, weil das so verchromt, so verspiegelt ist, man sieht halt schon alles, was man damit gemacht hat. Also das ist einfach so. Wenn es einfach nur ein Sammelmesser ist, und das ist ja auch wirklich sehr schön, also mir gefällt es extrem, und du hast es in der Vitrine oder nimmst es immer aus der Schachtel raus zum Spielen, dann gut. Aber wenn du wirklich damit arbeitest, gewöhne ich dich dran. Das hat am Anfang viel besser gespielt, als es das jetzt tut. Ja, so. Ich glaube, dass ich alles dazu gesagt habe, zum Makarov oder Makarov oder Mazarov-Messer. Made in China gekauft bei Amazon. Und wenn du das selber hast, wenn du da eine Meinung dazu hast, siehst du das auch so mit dem Lederöffen-Mechanismus. Bist du der Meinung, dass das da auch störend ist? Schreib mal gerne einen Kommentar, teile das Video, ein Abo vielleicht da lassen. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann holst du vielleicht ein Messer von mir oder eine Universal-Feuerstahlhalterung oder einen Schleifer oder ein Feuerzeughalter oder sonst irgendwas. Ich sage danke fürs Dabeisein, ich bin René Rossmann und ciao, ciao.